Blei, Flitzenbürger. Das soll kein politischer Aussprache sein. Nehmen ein Gruß und Eich alle daheim, die dir einer früheren Herrschaft geben müssen. Alle Gute, die hier im Hallen waren, die Mädchen, die Jungen, die hier geschaffen, die hätten alle Gute in Leben gegeben, für den großen Schass. Wir waren zu viel Bock. Das war leider gestoppt. Das war lange überlegen, dass wir uns zu dem Schritt entschlossen, von Eich zu gehen. Es war schwerer, mehr ein notwendiger Schritt. When the Grand Duchess first came to the United States, they were refugees. Roosevelt saw this lady. She was beautiful, she was intelligent, she was a princess throughout. She was a propagandist for the Allies. La verdade, dass das Grand Duchess von dem Moment nun wirklich ein Symbol war für Lützeburger Unabhängigkeit, aber besonders auch für den Widerstand gegen Nazi. Heute Morgen erfuhren aber auch durch mein Mund hunderttausenden, dass den Druck an den Zwang, die ihm das klingt völlig ausgesagt ist, sein Mut, er sein Vertrauen nicht breche kommt. Ein Land wie uns wird nach nie engen Epizylate gedungen. Das glücklichste Land, ob der Wind, das kann ein Durf nicht ändern. oder der Wind. Aber ich denke, das war ja auch so, M�� mit der rómliche Betriebs miles her. Narg DID S airports nicht länger besorgen, ob der Wind, das wird und Triumph vorgelegt. Es war ja schon der Schluch gibt auf und der letzteativas Be corseleise Feuer.